Hallo Leute! Willkommen bei Learn German Easily. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Herzlich willkommen zur B1-Mündliche Prüfung. Die Prüfung besteht aus drei Teilen. Teil 2 – Bildbeschreibung Sie haben in einer Zeitschrift ein Foto gefunden. Berichten Sie kurz. 1. Was sehen Sie auf dem Foto? 2. Was für eine Situation zeigt das Bild? 3. Welche Erfahrungen haben Sie damit? 4. Wie ist das in Ihrem Heimatland? Auf dem Bild sehe ich eine Gruppe. Ich denke, sie sind zwei Familien. Ganz rechts ist ein Ehepaar und links ist eine Mutter mit zwei Jungen. Vielleicht sie ist eine alleinerziehende Mutter. 5. Die Mutter hat lange blonde Haare und trägt ein dunkelblaues Oberteil. 6. Sie machen ein Picknick am See. Die Picknickmatte, mit ihren Sachen, liegt auf dem Gras. 7. Der Mann hat die Wassermelone in zwei Stücke geschnitten. 7. Er trägt ein weißes T-Shirt und eine Jeanshose. 8. Die Frau trägt ein lila T-Shirt und Jeanshorts. 9. Die Jungen essen Bananen. 10. Beide tragen den gleichen T-Shirt-Stil. 10. Die Frauen legen ihre Sonnenbrille auf dem Kopf. 10. Das Wetter ist sonnig. 11. Und vielleicht, es ist Sommer, weil die Menschen Sommerkleidung tragen. 11. Im Hintergrund sehe ich viele grüne Bäume. 11. Ich glaube, dass sie im Park sind. 12. Erfahrungen, Meinungen und Vergleichen Auf diesem Bild geht es um das Thema Freizeit und Hobbys. 13. Hier in Deutschland ist mir aufgefallen, dass die Menschen ihre Freizeit mit ihren Familien oder Freunden verbringen. 14. Es gibt viele Möglichkeiten, in der Freizeit etwas zu machen. Zum Beispiel, Kaffee trinken. 15. Ins Kino gehen, ein Picknick machen, Grillparty, Fahrrad fahren, Spaziergang im Wald oder im Park. 15. Und Freunde treffen, in der Disco oder in der Kneipe. 16. In unserer Freizeit treffen wir unsere Freunde. 16. Gehen wir Shopping, in der Stadt. 16. Aber die meiste Zeit, besonders bei kaltem Wetter, schauen wir uns Filme zu Hause an. 17. Es ist genauso, wie in meinem Heimatland. 18. Als ich in meinem Heimatland war, habe ich meine Freizeit mit meiner Familie oder mit meinen Freunden verbracht. 18. Ich spielte mit meiner Nichte oder mit meinem Neffen. 19. Manchmal bin ich mit meiner Mutter ins Kino gegangen. 19. Manchmal habe ich mit meinen Freunden eine Party gemacht oder Karte gespielt. 19. Auf dem Bild sehe ich eine Familie. 20. Die Eltern und ihre Tochter machen einen Fahrradausflug. 20. Der Vater trägt ein schwarzes Polo-Shirt und eine Jeanshose. 21. Die Mutter hat lange blonde Haare und trägt ein rotes Oberteil und eine Jeanshose. 22. Die Tochter trägt ein ärmelloses weißes Top und eine pinke Hose. 23. Ich denke, es ist am Nachmittag im Sommer, weil die Sonne scheint und alle Sommerkleidung tragen. 23. Im Hintergrund sehe ich viele grüne Bäume. 24. Ich glaube, dass sie im Park sind oder vielleicht außerhalb der Stadt auf dem Land in einem Dorf. 25. Ich glaube, dass sie im Park sind oder vielleicht außerhalb der Stadt auf dem Land in einem Dorf. 26. Ich glaube, dass sie im Park sind oder vielleicht außerhalb der Stadt auf dem Land in einem Dorf. 27. Ich glaube, dass sie im Park sind oder vielleicht außerhalb der Stadt sind oder vielleicht außerhalb der Stadt sind oder vielleicht außerhalb der Stadt sind. 27. Meine Kinder fahren auch sehr gern Fahrrad. 28. Ich kann leider nicht so gut Fahrrad fahren. Deshalb machen wir keine Fahrradausflüge. 29. Aber wir gehen mindestens zweimal im Monat zusammen ins Schwimmbad. 29. Das macht auch Spaß. 30. Zeit mit der Familie zu verbringen, ist sehr wichtig für mich. 30. Familie sollte Priorität haben. 31. Heutzutage sind viele Menschen mit der Arbeit, den Freunden oder den Hobbys beschäftigt. 31. Die Menschen müssen nicht nur arbeiten oder lernen, sondern auch das Leben genießen und Zeit mit den Familien und Freunden verbringen. 32. Die Menschen müssen nicht nur arbeiten oder lernen, sondern auch das Leben genießen und Zeit mit den Familien und Freunden verbringen. 33. In Deutschland bekommt man viel Besuch von den Verwandten und man macht viel zusammen mit der ganzen Familie. 33. Das finde ich schön. 34. Ich denke, da haben die Deutschen Glück, weil es hier in Deutschland viele Urlaubs- und Feiertage gibt. 35. Während meiner Zeit hier habe ich ein paar Urlaube mit meiner Familie gemacht. 35. Wir waren drei Tage Campen, am St. Wolfgang See in Österreich. 36. Wir haben einen Viertagesurlaub auf Mallorca gemacht. 36. Ebenso, waren wir auch in Paris für drei Tage. 37. Wenn Ihnen dieses Video gefällt haben, klicken Sie auf Gefällt mir. 37. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren. Musik